Willkommen auf PiggyBankGirls, der ersten erotischen Crowdfunding-Website, auf der du Girls dabei helfen kannst, ihre Ziele zu erreichen und erotische Belohnung dafür erhältst. Du kannst einem Girl dabei helfen, ein neues Kleid zu kaufen, nach China zu reisen oder für einen gemeinnützigen Zweck zu spenden. Dafür bekommst du erotische Rewards von ihnen. Auf PiggyBankGirls können die Girls die Art der Belohnung, die sie anbieten, selbst wählen. Es können Videos sein, Bilder, Webcam oder Video-Chat-Sessions, der Versand von Kleidungen oder anderen Dingen. Und du kannst auch nach etwas fragen, das du als Belohnung erhalten willst. Alles ist möglich. PiggyBankGirls ist eine Plattform, die den Girls faire Bedingungen anbietet. Wir stehen für Respekt und Gleichheit in der Erotikindustrie. Die Girls erhalten den größtmöglichen Teil der Erträge. Wir sind Fairtrade-Porno. Willst du echten Girls helfen und sexy Belohnungen dafür bekommen? Es ist ziemlich einfach. Du musst dich einfach kurz anmelden, dann kannst du mit ihnen schreiben und durch eine Spende deine Belohnung erhalten. Entdecke, wie gut es sich anfühlt, auf PiggyBankGirls Gutes zu tun. Das erste erotische Crowdfunding für Girls. Geht hier auf Колtopc. Das erste erotische Gast equipped liveiert. tiny Uhr cruise ist engstrangig. Wir machen und wir listen. Jetzt geht zum nächsten Mal. Man planten Wir vielleicht nicht mehr strachs.